Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Holzer und in diesem Datenbank-Video geht es darum, wie man von ER-Modellen zu Tabellen kommt. Also wie ich den Entwurf in einem Entity-Relationship-Modell in eine Tabelle umsetze. Wenn man ein ERM-Modell wie dieses hat, mit zwei Entitäten, Person und Telefonnummer und einer Relation dazwischen, eine 1 zu N-Relation, dann kann man relativ schnell erkennen, dass wir zwei Tabellen haben. Die eine ist die Tabelle Person, die hat drei Spalten. Das sieht man an den Ovalen, das sind ja genau die Attribute, nämlich eine für die ID, eine für den Nachnamen und eine für den Vornamen. Das wäre unsere erste Tabelle und bei der Telefonnummer-Tabelle kann ich das genauso machen. Ich habe eine Tabelle Telefonnummer, die hat die T-ID, ich habe sie nur mal zur Übersichtlichkeit, nicht nur ID genannt, also die Telefonnummer-ID und die Nummer. Hat also zwei Spalten. Was jetzt noch fehlt, ist die Relation. Ich habe hier eine Person mit vielen Telefonnummern und jede Telefonnummer gehört nur eine Person. Um das jetzt abzubilden, kann man in eine Tabelle einen Fremdschlüssel einpflegen. Ich könnte jetzt zum Beispiel der Person die T-IDs aller seiner Telefonnummern geben. Dann hätte ich hier eine Spalte T-ID dazu und hätte aber viele dieser T-IDs drin und würde damit ja gegen die erste Normalform verstoßen, weil ich viele Einträge, also eine Aufzählung in einer Spalte habe. Wenn ich das bei der Telefonnummer jedoch mache, dann kriegt die eine Spalte mit der Personen-ID und ich habe ja nur eine Person. Das heißt, dort würde auch nur ein Wert drin stehen. Das heißt, ich habe hier jetzt die Personentabelle gleichgelassen, ID, Nachname, Vorname, aber in der Telefonnummern-Tabelle habe ich Telefonnummer-ID von hier, die Nummer von hier und die Personen-ID. Um kenntlich zu machen, dass es sich um einen Fremdschlüssel handelt, also eine Identifikationsnummer, die auf eine andere Tabelle verweist, unterstreichen wir den gestrichelt. Das heißt, ich habe jetzt Personen mit ID als Primärschlüssel, Telefonnummer mit T-ID als Primärschlüssel und mit P-ID als Fremdschlüssel, die auf die Person verweist. Dass sie auf diese Tabelle verweist, muss ich in SQL beim Erzeugen hinterlegen. Hier reicht diese Kenntlichmachung als Unterstreichung. Wenn ich jetzt eine N-zu-M-Relation habe, könnte ich ja das gleiche Vorgehen versuchen. Ich mache eine Autorentabelle, ich habe mir jetzt mal das Attribut nur Namen gegeben und eine ID als Primärschlüssel und ein Buch mit dem Primärschlüssel ISBN und einem Titel. Wenn ich jetzt in der Autorentabelle die Buch-ISBNs einpflegen würde, hätte ich ja viele Buch-IDs, also ISBNs pro Autor. Also eine Aufzählung und würde gegen die erste Normalform verstoßen. Das gleiche Problem habe ich bei Buch, das mehrere Autoren haben könnte, hätte ich wieder eine Aufzählung von Autoren-IDs. Das heißt, hier kann ich in keine von beiden Tabellen einfach eine Spalte anhängen und wäre glücklich. Die Lösung ist, dass diese Zwischenrelation Schreibt zu einer eigenen Zwischentabelle wird. Das heißt, ich habe hier Schreibt als neue Tabelle. Und in dieser Tabelle habe ich den Verweis auf die Autoren auf der einen Seite mit der ID und den Verweis auf die Bücher auf die ISBN auf der anderen Seite. Zusammen bilden, nein, die ISBN ist jetzt ein Fremdschlüssel, auf diese Seite verweist und die ID ein Fremdschlüssel, deswegen gestrichelt unterstrichen, auf diese Seite verweist. Zusammen bildet ID und ISBN den Primärschlüssel. Ich kann auch noch eine Spalte hinzufügen, als eigenen Primärschlüssel. Hier reicht es aber, diese beiden zusammen als Primärschlüssel zu haben. Das verhindert auch, dass ich solche Paare doppelt eintrage. Bei 1 zu 1 Relationen habe ich diese NCM-Problematik nicht. Ich kann hier den Fremdschlüssel des Klassenlehrers sowohl in der Klasse eintragen, als auch, dass ich die Klasse, von der ein Lehrer Klassenlehrer ist, beim Lehrer eintragen. Ich muss mich hier für 1 von beiden entscheiden, sonst speichere ich die Information doppelt und könnte zu Widersprüchlichkeiten führen. Das heißt, ich könnte hier die Klasse machen mit ID, Name und den Verweis auf den Klassenlehrer oder den Lehrer mit ID und Name oder ich könnte es andersrum machen und die Klasse so belassen, ID und Name und dem Klassenlehrer die Klasse hinzufügen. Was ich natürlich nicht vergessen darf, ist die Klasse gestrichelt zu unterstreichen, dass ich sie als Fremdschlüssel kennzeichne. In ERMs kann ich 1 zu 1 Beziehungen machen, in Datenbanktabellen macht das aber keinen Unterschied zu einer 1 zu N Tabelle. Denn hier in diesem Beispiel könnte ich eine Klasse ja bei mehreren Lehrern reinschreiben, dann hätte eine Klasse mehrere Klassenlehrer. Andersrum, wenn hier der Klassenlehrer stand wie vorher, dann könnte ich ja hier mehrmals den gleichen Lehrer eintragen und hätte das nicht mehr. Also, dass eine 1 zu 1 Beziehung eine 1 zu 1 Beziehung bleibt, muss ich dann später auch durch das Einfügen überwachen. Zusammenfassend, 1 zu N Beziehungen, da trage ich immer den Primärschlüssel der 1 Tabelle als Fremdschlüssel in die N Tabelle ein. Wir haben es gesehen, zum Beispiel die ID der Person zu den Telefonnummern. Immer bei der N Tabelle, also die auf der N Seite der Beziehung steht, kommt eine zusätzliche Spalte hinzu für den Fremdschlüssel. Bei N zu N Beziehungen brauche ich eine Zwischentabelle mit zwei Fremdschlüsseln der Beziehung stehenden Entitäten. Und bei 1 zu 1 Beziehungen kann ich in eine von beiden Tabellen eine Spalte für den Fremdschlüssel einfügen. Aber halt nur in eine sollte man machen. Ich hoffe, das war verständlich und ich bedanke mich fürs Zusehen.